Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich gehe zum Scharzenberett und erstatte Gericht und den Wachtturm müssen wir noch machen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Davon muss ich nämlich wieder irgendwas machen mit Perry, irgendwelchen Kram oder so eine Kacke. 800 noch was in der Richtung. Warte mal was. Das sieht uncool aus. Unix-Gegner. Wir wurden entdeckt. Zack. So dumm. Zack. Und schwupp. Dodged und gedodged. Und auf Wiedersehen. Hi. Und auf Wiedersehen. Das ist der Questgeber. Noch 100 noch was in die Richtung. Gegner, Gegner. 90 Meter. Irgendwo hier oben. Okay. Zack, zack. Hochhüpfen. Hochklettern. Natürlich. Na. Und jetzt? Ah, da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich soll kurz wieder reinkommen. Danke. Danke, danke. Na, was geht? Ja. Na. Vielen Dank. Ja, ich habe zwei Augen gesehen. Ich habe keine Angst, aber es war sehr schrecklich. Es war, wie bei jemandem der Hilfe. Aber ich weiß, dass ich nicht so gut bin. Dankeschön. Ich gehe dir. Äh, Karte? Südlich von hier, also da unten. Sorry. Also sind das wahrscheinlich die da hinten? Gehe ich mal von aus. Ach, natürlich. Hm. Ein bisschen weiter außen rumlaufen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir in einen von diesen Strudeln reingehen. Schwicht zu sein und will ich es auch nicht unbedingt herausfinden. Ja, wahrscheinlich da oben lang müssen, gehe ich mal von aus. Bin der Schuss noch durch? Ne, sieht nicht so aus. Verdammt. Mist, verdammter. Jetzt habe ich hart vercaked. Was will ich mit der beiden tun? Rechts oder links? Scheint egal zu sein erstmal. Oh mein Gott. Hab ich nicht nach vorne geguckt. Die WB-Pumpe ist okay. ach nööööööööben was seid da? Gut, dass das so betrifft. Ich schieße dir doch noch vorbei. Oh, schieße. Okay, damit treffe ich den auch nicht. Das ist schön. Okay, ich hasse diese scheiß Geschütztürme. Die sind so zum Mäusemelken. Hoppala, so. Danke. Das war noch nicht alles. Hier gibt es noch mehr Geschütztürme, oder? Ich sehe da drüben das. Das sieht verdammt strange aus. Also, Vorsicht, Falle. Verräter im Landungstrupp. 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 Hier sind doch bestimmt überall Gegner drin, oder? Nein? Okay, gut. Ja, nee. Und hoch, bitte, danke. Auf Wiedersehen. So. Genau, hier wollte ich hin. Kiste. Äh. Was ist denn das für eine Ekelarena da drüben? Ihhh. Kann ich den... Sehr gut. Das ist, damit ich darüber komme, oder? Denk ich jetzt mal. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Die Kiste muss man aufmachen. Ah ja, okay, damit wir da hinkommen tatsächlich, ja. Sehr schön. I take those. Was haben wir da? Ich glaube, es ist egal. Wir kriegen... Egal, was es ist, wir kriegen dann Upgrade, oder? Ah, nee. Es war der erste, wie wir da kennen. Okay, sorry. Ich dachte, ich wäre schon... ...etwas weiter. Okay, ähm... ...karte. Wir haben hier nichts mehr, hier nichts mehr unter mir. Direkt ist ein Wegpunkt. Das ist gut. Äh... Dann möchte ich jetzt nächstes gerne das da noch machen. Nicht hier runter ohne... Ah, ja, okay. Wo ist denn hier der... Ach, hier. Oh, das wollte ich gar nicht, das Telefon. Geh mal weg. Nein, nein, nein. Geh weg. Okay. Die Repairing-Konsole-Suits. Schwarze Paradekleidung. Dann leveln wir noch. Schrägstrich-Skin. Danke. Schadensreichweite. Gleichzeitig mir das Schaden zu. Das mit, das mit. Ich skill eh alles irgendwann im Laufe der Zeit. Von daher ist das alles irrelevant und egal. So, dann fällen wir erst mal wieder alles auf. Ich finde das Kleid ganz cool. So. Was ist denn am nächsten an dem Ding dran? Leider das hier. Ja, komm. Egal. Eigentlich müssten wir... Oh, mein Gott. Äh, wait a second time. Komme ich hier überhaupt durch? Ich bin... Ah. Okay. Mhm. Ich bin dämlich. Ist mal komplett falsch gelaufen. Ah ja, na klar. So, Karte rechts. Nichts. Explosive. Robot. Mensch. Und ganz viele Maschinen. Das ist ja cool. Den habe ich da gerade getriggert. Einen von denen? Maybe? Kann das sein? Ja, ich glaube. Ein bisschen aufpassen. Ja. Ja. Aua. Immer weg mit Recht. Danke. Oh. Da ist noch eine Bombe hochgegangen. Irgendwas ist da gerade auf jeden Fall noch hochgegangen. Äh. Nichts Interessantes. Hier hinter ist ein Robot. Der hat Priom. Danke. Ein Drohnen-Upgrade-Modul. Das hat tatsächlich Prios. So, warte mal. Karte noch ein Stückchen weit. Äh. Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ja, okay. Nein. Ich habe zu spät gesehen, dass das ein Explosive ist. der hat, die ich nicht mehr... Uh-huh. Er hat das. Ich habe dich ab, danke. Okay. Ich habe mich ab, danke. Ich habe dich ab, danke. Ich habe dich ab. Ich habe dich ab. Ich habe dich ab. Das war das, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie ich da hochkomme. Ach, natürlich. Okay. Okay. Hmm. So, hier mal ein bisschen Aufräumarbeiten erst mal. Nein, 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 das möchte ich nicht. Ach, komm her. Danke. Ah, ist eine Leiter, die ich hoch könnte, oder? Danke. Das ist jetzt tatsächlich interessant. Hier war ich noch nicht. Da drüben müssen wir irgendwie rauf. Hm, hm, hm. Dann da rüber. Hm. Ich hoffe, wir kommen hier weiter. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Au. Das ist scheiße. Ach, Mann, ich hätte nicht laufen dürfen. Ach, verdammt. Ich habe nicht aufgeregt. Untertitelung des ZDF, 2020